Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diese super leckere Suppe und wenn ihr sehen wollt, wie die gemacht wird, dann bleibt dran. Ich benutze heute ein abgepacktes Suppengrün, was wir so im Supermarkt finden. Das heißt ein bisschen Lauch, eine halbe Sellerie und ein paar Karotten. Es war sogar diesmal noch eine Pastinake dabei. Dann benutze ich etwas Rosenkohl, eine große Zwiebel, gekochtes Hähnchenfleisch oder wenn ihr gar kein Fleisch benutzen möchtet, könnt ihr natürlich auch Kichererbsen nehmen. Das ist auch total lecker. Dann habe ich eine kleine Schüssel mit meinen Lieblingsnudeln. Die Nudeln hat meine Freundin selber gemacht. Das sind hausgemachte Nudeln. Dann habe ich ein Liter Brühe, Gemüsebrühe, eine Dose Kokosmilch, das waren 400 Milliliter, eingehäufte Esslöffel Thai Currysoße. Dann werde ich nachher noch einen Spritzer Zitrone benutzen und als Gewürz benutze ich ein Teelöffel Pfeffer, ein Teelöffel Chili, ein ganz bisschen getrockneter Ingwer und ein ganz bisschen gemahlener Koriander und ungefähr eine Knoblauchzehe. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich fange an, indem ich mein Gemüse klein schneide. Musik Das Gemüse ist jetzt fertig geschnitten, jetzt können wir loslegen. Ich mache jetzt ein bisschen Olivenöl warm, so ungefähr 2 Esslöffel. Und dann werde ich jetzt das Gemüse, das gesamte Gemüse, schön anspitzen. Für den angeschwitzten Gemüse tue ich jetzt die Gewürze. Und die Currypaste. Das Ganze lösche ich jetzt mit der Brühe ab. Dann kommt die Kokosmilch dazu. Und gut umrühren. Deckel zu und einmal aufkochen lassen. Wenn die Suppe anfängt zu kochen, dann schalte ich ganz klein und lasse sie 5 Minuten köcheln. So, das hat jetzt 5 Minuten gekocht. Jetzt kommen die Nudeln da rein. Das sind übrigens selbstgemachte Nudeln, die hat mir meine Freundin geschenkt. Ihr könnt auch so asiatische Mie-Nudeln nehmen, passt auch wunderbar. Das kocht jetzt auch nochmal 5 Minuten weiter. Übrigens ist das die Currypaste, die ich benutzt habe. Ich kann euch die unten auch nochmal verlinken. In jedem gängigen Supermarkt ist die mittlerweile zu erhalten. So, die Nudeln sind jetzt fast gar. Die sind im Moment al dente. Ich tue jetzt aber schon mal das Hähnchenfleisch rein. Ich muss dazu sagen, ich habe gerade sehr viel Hähnchenfleisch. Ihr müsst nicht so viel reintun. Wenn ihr gar kein Fleisch reintun wollt, tut ihr einfach eine Dose Kichererbsen rein. Das wird auch total lecker. Ich hatte leider nur Tiefkühl-Rosenkohl. Ich habe die großen Röschen halbiert oder teilweise sogar geviertelt. Die kommen jetzt auch noch dazu. Das wird jetzt noch einmal zum Kochen gebracht werden. Die Suppe ist jetzt schon fast fertig. Ich kann sie ausschalten. Jetzt kommt nur noch ein Spritzer Zitronensaft rein. Und Petersilie. Und fertig ist die super leckere, scharfe, naja, Thai-Curry-inspirierte Suppe. Probiert sie unbedingt mal aus. Die ist eigentlich relativ schnell gemacht. Und das ist eine totale Wohlfühlsuppe für zu Hause. Ich meine, das Wetter wird jetzt ja ein bisschen warm, aber trotzdem, eine Suppe geht immer. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.